Hahaha, er wird ganz zickereg, haha! Ich bin nicht geizig, ich bin arm! Und Armut ist kein Geiz! So, ich hab jetzt Zucker weiter im Hemd, will jemand an meinen Händen wutschen? Ich glaub, das wird nichts. Ja, das sieht ja schon wieder aus. Geht rüber, das reicht. Das ist wunderbar! Was ist das denn? Ich kann so react, ich sag... Da kann ich dir kein Euro rappen! Das ist der Talon ausgelöst, Leute. Gibt's das so? Da kann ich ja ein ganz anderes Gesicht nur! Ja, du! Sehr schön! Hahaha! Er ist ein Künstler! Auch das muss man erstmal hinkriegen, oder? Du steckst ihn doch sowieso im Mund, ist doch egal! Sicher? Weil er das Auge ist, mit kann! Also, wer das dann... Steck dir das hier ins Auge! Und fang an zu essen, bevor sie runterfällt! So! Tschüss, Mann! Komm her, ich sag dir noch Tschüss, Mensch! Dann komm ich noch mal raus, bevor ich da rauskomme und dann sagen würde! Tschüss, Mann! Tschüss! Dann komm ich hohe, ich sag dir sonst bei einem anderen!